Was hat Mobilität und Tourismus miteinander zu tun? Von Tourismus ist natürlich die Mobilität. Wie komme ich von zu Hause an den Urlaubsort? Wie bewege ich mich am Urlaubsort? Und zwar so, dass das Ganze nur möglichst smart und smooth passiert. Der Urlaub soll ja möglichst beginnen, wenn ich die eigene Haustür verlasse. Und ich habe jetzt hier einige Beispiele gebracht von den Dingen, die wir in der Mobilität machen und wie die zusammenhängen mit Tourismus. Und der Schwerpunkt war Datenmonetarisierung. Wir machen das ja jetzt seit zwei Jahren, haben da schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ich selber bin natürlich kein Tourismusexperte, aber es gibt viele Prinzipien und Paradigmen und Rahmenbedingungen, die letzten Endes gleich sind. Und das Ziel war es, hier voneinander zu lernen. Deswegen freue ich mich unheimlich, dass ich eingeladen wurde, über das Thema Datenmonetarisierung und den Mobility Data Space zu sprechen. Ich habe auch viele interessante und herausfordernde Fragen bekommen. Und die Veranstaltung ist ja noch nicht vorbei. Wir haben heute Nachmittag noch die Möglichkeit, interaktiv zu diskutieren über die Themen. Und es ist eine wirklich total gelungene Veranstaltung. Der Raum ist voll. Super!